Die Eichhörnchen sind eine Gattung der Baumhörnchen innerhalb der Familie der Hörnchen. Ein auffälliges Merkmal ist der hochgestellte buschige Schwanz. Alle Eichhörnchen sind Waldbewohner und ernähren sich primär von Samen und Früchten. Außerdem tragen Eichhörnchen für gewöhnlich Schusswaffen bei sich, die von der Glock 18 bis zum RPG 7 reichen. Herzlich willkommen zu Eichhörnchen mit Waffen. Ich habe keine Ahnung, was wir erwarten können. Wie schlimm kann es schon werden? Bin das ich? Digga, ist das scheiße. Streng geheimer Eichel. Hallo, kleiner Freund. Ratten sind hier verboten. Ich muss dich jetzt töten. Kann ich ihn erschießen? Oppa. Tot. Oh. Oh. Der Gegner ist betäubt. Das ist deine Chance, einen Take-Down auszuführen. Und dann töte ich ihn. Das war sick. Holy shit. Schaut euch mal diese kleine, dumme Ratte an. So, und ich glaube, damit ist das Spiel auch erklärt. Ich habe mir einen Durstlöscher mitgebracht. Meine Freunde, wir versuchen heute die 8000 Likes vollzukriegen. Das ist nicht viel. Leute, und falls ihr neu seid, lasst einfach ein Abo da. Würde mich ultra freuen. So, und jetzt töten wir Menschen, oder? Wer hier noch nicht geliked hat, wird vom Fisch getroffen. Jetzt kommt es hier aus dem Deckel raus. Oh. Oh. Ist das da hinten eine Karre? Kann ich die Karre fahren? Das wäre ja so geil. Holy shit. Ich will das Auto. Ich merke das. Okay. Ich brauche 12 goldene Eicheln und 77 oder irgendwie ein paar 100 normale Eicheln. Es ist ein absoluter Fiebertraum, was wir hier machen. Wer ist das? Moin. Hallo, kleiner Hamster. Na? Was mit ihr? Können wir die auch umbringen? Junge Dame, komm zurück. Ich bin's. Yeah. Oh. Was ist das? Eine Dose. Kann ich sie damit abwerfen? Junge Dame, bitte. Ich bitte sie, bleiben sie stehen. Schön. Oh. Das hat eine Eiche gegeben. Okay, I guess ich versuche jetzt einfach mal alles zu sammeln, um mir diesen Sportwagen zu holen, oder? Ah. Sie will mich. Bitte gehen sie, junge Dame. Okay, die will mich töten. Kann ich hier durch? Okay. Digga, warum ist hier alles voll mit Lava? Das macht ja gar keinen Sinn. Je. Je. Ah. Werden gestorben haben. Versuch zwei. Wir versuchen nur, die goldene Eichel von oben zu holen. Das ist auch ein Satz, den hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, dass ich das jemals irgendwann mal sage. Aber hier sind wir. Ah. Ah. Okay, wir gehen hier auf die Couch. So. Auf den Tisch. Hier rauf. Okay, jetzt sind wir hier oben drauf. Höhe. Der Blumentopf fällt runter. Werden gestorben haben. Geile Kreatur. Was will er denn jetzt von mir? Warum filmt er mich? Boah, wie geil das Ding ist. Willst du mich verarschen? Ha, 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 ha. Das kitzelt. Oder was? Hä? Hä? Soll ich die mal in den Mund pinkeln von hier? Komm. Gerne. Ich pinkel die mal in den Mund. Schloch. So, jetzt bitte einmal ohne sterben. Das wäre klasse. Digga, aber woher soll ich wissen, dass der... Ach so. Das bleibt dann auch so. Okay, das ist cool. Wir sind im pikanten Haus, by the way. Okay. Wir können uns hier einen Pulli holen. Okay, da fehlt uns auch noch ein bisschen. Ja, Mann. Let's fucking go. Ich bin nur ein friedliches Eichhörnchen. Let's go. Let's go. Wir haben die goldene Eichel. Goldene Eichel in den Chat. Oh, da geht's noch weiter. Ah! Zack, zack, zack. Let's fucking go. Ich bin ein friedliches, gesellschaftlich anerkanntes Eichhörnchen. Oh! Die schießen auf mich. Ich bin nur ein süßes Eichhörnchen. Ich geh nur ins Haus. Was haben wir hier? Oh, moin. Oh, moin. Digga, das ist so dumm. Ich glaub, die Gegner können wir töten, oder? Kann ich den einrenken? Oh, mein fucking Gott. Ich hab ihn eingerenkt. Ist das ziemlich, Alter. Digga, der Sprung. Goldene Eichel eingesammelt. Chiropraktik. Geil. Chiropraktiker. Digga, wie er jetzt Abfahrt macht, ist ja der Hammer. Ist hier irgendwas zu finden? Oh, hier oben ist ein Collectible. Ein Kleid. Das ist mehr als wunderschön. Let's fucking go. In was einer Parallelwelt lebe ich eigentlich gerade? Schaut euch das mal an, wie ich hier rumlaufe. Das ist ja der Hammer. Max, 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 super, Max, super, super, super. Digga, wenn die Person dann nicht aufhört, die ganze Zeit hier rumzusprinten, dann werde ich aber fuchsig. Dann werde ich aber Eichhörnig. Danke an alle meine Fans. Let's go. Goldene Eichel. Let's go. Schön in den Rachen reingestülpt. Jetzt lass das bitte nicht an, Kat. Bitte. Das ist so... Was denn los? Hä? Was denn los? Was denn los? Soll ich dir in den Mund kacken? Bist du alleine? Komm, ich umarme dich doch. Oh, jetzt stecke ich in deinem Körper drin. Ach, herrje. Ach, herrje. Ach, du Scheiße. Lass mich bitte gehen. Ich kann nicht mehr. Naja, da kann ich jetzt nicht viel machen. Boah, ich hab mich fast übergeben, aber nur fast. What the fuck is this? Boah, ich bin ein Eichhörnchen. Ja, ich bin Jonas. Er hat eine Halbklaze. Ich bin hier für die Security zuständig. Ja, in solchen Situationen lass ich's dann erstmal gar nicht zur Flucht kommen. Vater! Was zum Teufel ist gerade passiert? Hä? Wir beruhigen uns. Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Was ist das hier? Oh, hier sind Minen. Was ist das? Ist das ein Bombenanzug? Bombenschutzanzug. Ja, na klar. Aber zum Glück hatte ich den Bombenanzug an. Was soll ich sagen? Wie komm ich hier am besten rein? No wait. Oh, seht ihr diese ganz kleinen... Seht ihr diese... Oh. Ganz kleinen weißen Dinger. Ich glaub, gegen die darf ich nicht gegenkommen. Oh, wie ich Mäuse hasse. Man, man, man. Moin. Oh fuck. Ich bin... Oh. Was? Der hat mich gewoneshottet. Halt die Fresse. Okay, warte, warte, warte. Kann ich irgendwie meine Waffe dort mit reinbringen? Ich versuch's. Geil, die Waffe ist drüben. Jetzt müssen wir die Waffe nur noch holen. Alright, hab sie. Dürfen wir nur nicht gegen diese weißen Dinger laufen. So, zack. Headshot. Warte, ich renne hin. Jawohl. Ja, ja. Zack, kratz ihm die scheiß Fresse. Ja, sehr sch... Ist das ein Müll, Junge. Holy shit. So, jetzt haben wir eine Schrotflinte. Digga, ich kann nicht mehr. Hallo. Oh lol, der hatte so eine goldene Eichel. Warte mal, er lebt wieder. Der stirbt doch jetzt. Ist er tot? Okay, das... Das beobachten wir jetzt bitte mal. Digga, der arme... Oh mein Gott. So, warte, warte, warte. Der steht gleich wieder auf. Scheiße. Alles gut dazu. Oh mein Gott, er hat 16 ausgelöst. Holy shit, warte. Digga, im Hintergrund die pinke Joggerin. Ich erschieße jetzt diese Frau. Hallo. Hallo. Okay, Leute, wir kaufen den Lambo. Let's go. Ist das kacke, Alter. Ist das beschissen. Schön in die Haxen hier. Outfit. Arschloch. Ich muss jetzt den Eingang finden, wo der Panzer reingefahren ist. Hier, glaube ich, oder? Jo, hier. So, was geht hier? Ist das jetzt ein Bossfight? Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Junge Daddy. Oh mein Gott. Ja, okay. I think it's a Bossfight. Right? Ah, ich glaube, ich muss diese, die hier, sammeln. Was? Wie? Aua, mir geht's nicht gut. Okay, sehr schön. Wir haben viel Damage gemacht mit der Granate, die wir reingemacht haben. Let's go. Wo ist mein Granatwerfer? Hier. Sehr schön. Let's go. Einer noch. Ein letzter. Ein letzter. Endlich. Fucking hell. Vater besiegt. Vater, zeig dich. Arschloch. Tschüss. Alter, ist das episch. Ist das scheiße, Junge. Das war mal ein absoluter Fiebertraum eines Spiels. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gerade im Urlaub und lege mir die Füße hoch. Deshalb schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schönen Urlaub. Ne? Ich lasse euch ein bisschen daran teilhaben auf Social Media. Ich werde vor allem was dafür tun, dass ich mal Ruhe bekomme. Ich nehme so viel auf. Wir haben immer so viel zu tun. Deshalb, ich mache mir mal einen richtig schönen Entspannten. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal, Freunde. Aaaaaah! Bis zum nächsten Mal, Freunde. 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 Bis zum nächsten Mal, Freunde.